So, wir sind wieder zurück. Aus der kleinen Pause. Das erste was wir jetzt machen, wir tun auf jeden Fall in die Waffenkammer gehen. Die Tatenanzeigen. Schauschützer. Die Elana. Die gute. Oder auch nicht. Die würde ich jetzt mal... Julia. Oh, so. Jetzt Name Tedori. So, Biografie. Schlecht ist auf jeden Fall männlich. Nationalität haben wir da. Wenn wir nicht zum Engländer waren, oder? Komm, machen wir ihn zum Polen. Für unsere polnischen Zuschauer. So. Vielleicht haben wir das Ding selber gut. Gehen wir mal zum Ges... Ähm, nee. Erstmal die Rasse auswählen. Oh, das ist Rasse. Rasse sind wir ja alle Mensch. Oh, das ist ein Rasse. Bisschen was abgedrehtes, ne? Machen wir bei dir. Oder... 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 Weil du... Von der Klasse her ist das ja ein Pistolero. Kein Scharfschütze. Dann machen wir ihn ein bisschen... So. Ein Pistolero haben wir gesagt. Machen wir uns... Ein bisschen zugewagt. Wurde Zylinder haben wir ja schon beim Schoko draufgepackt. Maske Ich denke mal sowas wie die Kapuze In der Art wäre schon cool Eine Stornhaube, wobei das sehen wir uns glaube ich mal für einen Ranger auf Stornwand, jetzt sieht er fast aus wie Rambo Nein, also wir nehmen die Kapuze 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 Glitscht alles ein bisschen durch, die Brüllen. Nasen, Augenklappe, ob der Julien das mögen würde, wenn wir ihn eine Augenklappe verpassen, ich weiß nicht, ich wollte uns zumindest erklären, warum das mit den Treffen nicht so ist. Gut, gehen wir weiter, Maske drunter werfen, sieht auch nicht schlecht aus, glitscht leider durch. Die Störmaube glitt auch durch, habe ich gerade gesehen. Lassen wir ohne auskommen. Jetzt natürlich auch. Glitscht aber da oben auch durch. Das Problem ist, es bleibt halt nicht einfach so, das wird dann beim Kämpfen immer schlimmer. Nehmen wir die Taktikmaske. Rüstungsmuster, das bringt erst, was wir wissen, weiche Farbe, die Rüstung haben soll. Und da würde ich mal sagen... Gehen wir mal in Schwarz. Hallo Garikloran, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Ansonsten sorry. Willkommen im Chat. Wir sind gerade am Gestalten von einem Soldaten, das wird ein Pistolero. Mal gespannt. Der Soldat hat sich halt nicht besonders bezahlt gemacht, also der trifft als Sniper überhaupt nichts. Der hat auf Pistolero gegangen. Warte ich den erstmal jetzt so lassen, dann wäre der gute Julian fertig. So. Wir sind kräftig am Bauen, kräftig am Forschen. Die Vorratslieferung sollten wir noch abholen. Wir haben den Ort ermittelt, von dem aus Big Sky abgehoben ist. Keine erkennbaren Lebenszeichen. Moment, ich habe da vielleicht was. Ein schwaches Signal über einen offenen Kanal. ... Ist das... Wahlen? Wir haben nichts mehr von ihr gehört seit das Hauptquartier zerstört wurde. Commander, wenn die Chance besteht das Sie oder Big Sky noch am Leben sind, müssen wir dort runter. Oh, das wird schwer. Das ist die erste DLC-Mission, die dann kommt. Die Frage ist, ob wir uns das schon leisten können. Ah, komm. Gestorben wird immer. So, gesichtlosen Autopsie fertig. Frühere Widerstandsberichte bezüglich einer Alien-Kreatur, die zur Gestaltenwandlung befähigt sein soll, wurden von den Anführern der Widerstandszellen zunächst als Wahnvorstellung aufgeführt. Und von möglichen Belastungsstörungen und Mangelerscheinungen abgetan. Erst als unsere eigene Truppen es mit dieser Kreatur zu tun bekamen, konnten wir die Existenz dieser Spezies bestätigen. Die Beschreibung dieser Kreatur aus den ersten Berichten stellte sich als überraschend präzise heraus. Diese Kreatur misst bis zu drei Meter und der Gesichtslose besitzt die ungewöhnlichste innere Strukturen, die mir hier untergekommen ist. Anstelle einer skelettartigen Struktur finden wir eine Reihe performbarer, schichtinartigen Strukturen, die die Ausdehnung mehrer ebenso ungewöhnlicher Flüssigkeit und flüssiger Membranen ermöglichen. Forschungsberichte, schrecklich zu lesen. Diese Membranen verleihen den Gesichtslosen eine außergewöhnliche Fähigkeit, die Gestalt eines Menschen zu kopieren. Durch die Zirkulation entscheidender Zellkombinationen mittels einer komplexen internen Struktur kann der Gesichtslose feste Form annehmen und dabei sowohl Farben als auch Texturen nachbilden, ohne dafür eine physische Vorlage zu benötigen. Unsere Erkenntnissen zufolge haben die Gesichtslosen bislang ausschließlich Menschen nachgeahmt, jedoch keine andere Spezies oder sogar leblose Objekte. Ob dies nun eine Einschränkung ihrer genetischen Struktur oder eine absichtliche Manipulation ihrer Fähigkeiten durch die Aliens ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. So, können wir auf jeden Fall das Imitationsgerät bauen. Das ist ganz gut. Sollten wir vielleicht auch gleich mal eins davon bauen. Den brauchen wir auf jeden Fall aber fünf Tage. So, dann gehen wir kurz in die Technikabteilung. Sie haben es mit gut bewaffneten und ausgebildeten Gegnern zu tun und trotzdem sind sie der Sache treu ergeben. Fehlt uns leider eine Leiche. Okay. Ich hätte bei den Reparaturen sicher viel Zeit einsparen können, wenn ich wüsste, wie man ihre Sprache übersetzt. Aber nehmen wir noch was mit, oder? Was sind wir noch nicht? Komm mal. Hallo, Kommander. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Edwin nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Hallo, Tenalu. Edwin verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Edwin gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Wir verfolgen hier den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn Sie beenden, was Sie angefangen haben, wäre das wohl unser aller Ende. Ja, haben wir aber nicht vor, zuzulassen. So. Jetzt haben wir zumindest das Tutorial mal verlassen schon. Ich registriere eine Vielzahl von ungewöhnlichen Energiesignaturen in diesem Gebiet, Commander. Ich messe Energieschwankungen, starke Hitze, psionische Aktivität. Alles Zeichen eines möglichen Kampfes. Wir sollten uns beeilen. Commander, Sie und ich wissen, wie wichtig Wahlen für unsere Bemühungen war. Sie war unsere leitende Wissenschaftsoffizierin. Eine unserer wichtigsten Ressourcen. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich diesen Einsatz gerne persönlich leiten. Ich habe Sie aus den Klauen von Advent befreit. Vielleicht kann ich dasselbe für Wahlen tun. Ja, okay, Central. Dann gehen wir zusammen runter. Oh, wei. Herr Hören, Leute. Ich übernehme persönlich die Leitung dieses Einsatzes. Wir suchen nach jemanden. Einem der brillantesten Köpfe, die XCOM je gedient haben. Ich weiß nicht, was uns da unten erwartet. Aber ich weiß, dass sie da draußen ist und nichts wird uns aufhalten. Commander, ich rate dringend dazu, unsere Truppen mit den spezialisierten Waffen auszustatten, die wir geborgen haben. Ihre einzigartigen Fähigkeiten könnten von unschätzbarem Wert für diesen Einsatz sein. Guter Einwand, Doktor. Zu den Waffen. Die Sprengladungen in diesen Granaten scheinen nicht besonders stark zu sein. Aber Shen sagt, dass die flüssigen Gase im Inneren einen sofortigen Vereisungseffekt hervorrufen. Hier ist die Kanone. Hier ist die Bolzen. Rauchkanade haben wir dabei. Sandwöl haben wir eingepackt. Konfrontation haben wir nichts mehr dabei. Und schon. Schaft, Bishes, wir fügen immer noch einen Schanz-Rotoloader. Nix. No way. Kein einzig Ranger mehr zur Verfügung. Das wird lustig. Mal gucken, ob wir alle wieder mit nach Hause bringen. Sieht nicht danach aus. Tuh. Grünes Licht für Team-Einsatz. Ich beobachte die Energiesignaturen, die wir nahe dem Zielgebiet entdeckt haben. Dabei habe ich mögliche unterirdische Aktivitäten entdeckt. Starke Interferenzen überdeckten das Gebiet. Die Sensoren können die Felsoberfläche nicht durchdringen. Valence-Signal empfangen wir dennoch klar und deutlich. Ich rate zu erhöhter Wachsamkeit, Central. Die biologischen Messwerte in diesem Gebiet sind verwirrend. Neben mehreren Arten von Alien-Fauna... Moment, Doktor. Wir haben hier etwas. Die Daten müssen um jeden Preis gerettet werden. Sie müssen sich beeilen. Nehmen Sie das und finden Sie Bradford. Das war Valen. Leider hat ihr Freund es nicht zum Evakuierungspunkt geschafft. Ich hatte gehofft, meine Vorgängerinnen unter weniger extremen Umständen treffen zu können. Nichtsdestotrotz konnte ich ihr Signal zu einem Gebiet ganz in der Nähe zurückverfolgen. Gut. Weisen Sie mir den Weg, Doktor. Position ist verschleiert. Hey, na na ja. So. Okay. Vipan. Warum müssen es ausgerechnet Vipan sein? Auch wenn ich ihre Vorbehalte hinsichtlich dieser Spezies teile, ist an diesen Kreaturen irgendetwas anders. Sie wirken beinahe unterentwickelt. Vielleicht ein frühes Entwicklungsstadium oder eine Art Vorläuferorganismus. Hauptsache, sie sind nicht kugelsicher. Wir haben auch keinen richtigen Sniper dabei. Das wird lustig. Das wird lustig. Die bewegen sich noch. Central, ich konnte Teile von Dr. Valens persönlichen Forschungsaufzeichnungen retten. Ich leite Ihnen gleich alles weiter, was mir zur Verfügung steht. Teste? Systemdiktat. Dies ist Dr. M. Valen. Erster Eintrag. Es hat länger gedauert, als ich zugeben mag. Aber das sekundäre Energiesystem ist endlich einsatzbereit. Zumindest so weit, dass ich mich dringenderen Aufgaben widmen kann. Ich werde mal gucken, was du hier getrieben hast. Na so. Aber erst mal ein bisschen mehr, das ist ein kleines Problem. Begebe mich zu dieser Position. So, ich würde gerne. Six. Verstanden. Halte die Augen offen. Ziel eliminiert. Sie haben uns gefunden. Jetzt zeigt mir, ob du kannst du gerne. Oh. Der dickste Bumppmann. Eigentlich wollte ich Pistolen-Schuss abgeben. Aber okay. Hat auch funktioniert. Geht klar. Bestätigt, Überwachung läuft. Let's move already. Zeitbeschränkung haben wir hier keine. Klingt machbar. Trotzdem brauchen wir ein kleines bisschen ausjetzen, warte ich sagen, in der Runde. Na los, zeigt euch. Nicht, dass ich Angst hätte vor Schlangen, aber vor dem, was da kommt. Na gut. Sehr schön. Aber zwei sind neue Bräche. Beim Versuch, Materialien aus einem scheinbar völlig inaktiven Aufbewahrungssystem zu bergen, habe ich eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Eine einzelne Kryostasis-Einheit war noch intakt und belegt. Das ändert alles. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Na ja, da ist keiner. Wie lange ist da was gebrochen? Da ist ein Muton, da war aber auch nichts. Gut. Machen wir erstmal weiter. Positionieren und so, Leute. Entsprechend. Entsprechend. Alles klar. Positiv. Jetzt haben wir schon mal einen kleinen Vorteil. So. Feindliches Ziel erledigt. Also, der Julian liegt jetzt richtig los. Das war doch klar, oder? Standing. Natürlich. So. Dann alle in Overwatch. Gebe Deckung. Feuerschutz. Das scheinen die Ruinen eines Alien-Gen-Labors zu sein. Angesichts der schweren Beschädigungen an diesen Sicherheitszellen, kann ich nur spekulieren, welche Arbeit hier verrichtet wurde. Hat sie etwa hier gelebt? Was zur Hölle hatten sie nur Vorwahlen? Ich bin bereit. Hm. Ich lass mir noch mit rund. Schon unterwegs. Jetzt weit nach vorne möchte ich halt jetzt auch nicht gehen, weil... das könnte doch schon in die Hosen gehen. Machen wir nur kurz noch den... Und wieder an. Dick. Nachgeladen. Nachgeladen. Der Deckung kommt. Schon unterwegs. Daraus. Movin' out. So. Können wir den Julian nach vorne ziehen? Okay. Bin unterwegs. Wir haben einen Overwatch. Oder haben wir noch einen hinten vergessen? Den hier. Der gute Central. Wenn ich da wieder rumgucke, dann ist es wieder vorbei wahrscheinlich. Wenn ich... Gott. Dann mal los! So, Feierschutz, ob du jetzt... Die drei einzigartigen, lebensfähigen Embryonen aus der unversehrten Kryostasis-Einheit bieten mir eine einmalige Gelegenheit. Eine, die mir während meiner Zeit bei XCOM verwehrt blieb. Ich kann nun einer von mir frei gewählten Forschungsdirektive folgen. Oh oh. Das hört sich ja nicht gut an. Was hat die gute Dame hier gezüchtet? Oh. Nichts auffälliges. Na, da ist die Deckung, die uns da angeboten wird, nicht so behorchend. Bin schon dabei. Und ab geht's. Kein Problem, Boss. So, schauen wir mal. Und das drei sind da. Und hilfst den. Gut. Ja, da kommen sie schon. Drei Stück gleich. Und zwei weniger. Das war doch schon ganz gut. Jetzt kommt. Ich habe das ausgehende Signal umgeleitet. Die Einheit muss durch die hier stattgefundenen Kämpfe beschädigt worden sein. Das hier ist die vollständige Nachricht. Extreme biologische Gefahren bevölkern dieses Gebiet. Genetisch verbesserte Alien-Spezies in diesem Gebiet stellen für die Zivilbevölkerung eine besondere Gefahr dar. Nähern Sie sich diesem Gebiet unter keinen Umständen. Der Kontakt zu diesen Lebensformen sollte auf jeden Fall vermieden werden. Das ist keine Nachricht. Das ist eine Erwarnung. So, hallo, meine Ex. Komm, Ralf. Und Trevor. Gut gemacht. Der Mann fährt grobe. So, Stauke nach vorne. Den packen wir gleich in Overwatch. Wir sind gerade in der ersten DLC-Mission vom Alien-Hunter. So, mal gucken. Wir ziehen die jetzt einfach ein bisschen vor alle und gehen dann in die Verteidigung. Gebe Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Honorowat. Bin dabei. Halt. Mehrere biologische Signaturen nähern sich ihrer Position. Die Sensoren spielen verrückt. Ich kann sie nicht orten. Wie viele Signaturen, Doktor? Das kann ich noch nicht sagen. Oh. Jetzt. Wer war. Oh, scheiße. Hinter uns auch. Genau nach. Nein, Hinterhalt. Bereit machen, Leute. Ohne die Zufuhr menschlicher DNA zeigen diese einst als... ...mehrtun, ohne ihre wahre Form, wie einer reinen Reptilien-Spezies. Da sich die Aliens nicht mehr verstecken... Habt ihr gut daneben geschossen? Oh, da kommt... Alter. Oh, ich... Oh, ich... Oh, Junge. So, hast du mir ein Paket hinterlassen. Oh, und alle müssen nachladen. Sauber. Nice. Ah. Das sieht gut aus. Schauen wir mal... ...wie das Sensor man da durchgeht. Du wirst gar nichts spüren. So. Entweder geht's jetzt in die Hose oder das läuft da richtig schön durch und metzelt die mal richtig alle nieder. Das ist nur, dass der hier nicht befördert wird. Das ist halt das Einzige. Und dann wieder zurück in Deckung laufen. Ach, komm. Drei Schaden nur noch, muss ich einen noch kriegen. Einen muss ich noch kriegen. Ich bin eigentlich auch in einer guten Position. ...dur. Nicht... ...dur. Nicht da. Oh, da ist aber auch was. So, der war nicht da. ...dur. Die müssen sich auf jeden Fall nachher bewegen. Mal gucken, wann ich den in den Overwatch packe, ob der da noch was rein ist. Und dann komm mal weg. Gletter-Gancia... Gnatter-Granade... ...wahrscheinlich nicht alle. Na ja, kriegen jetzt nämlich die zwei aus dem Speer. So. Feinde neutralisiert! Kafferstoß 81 Kafferstoß 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 77 ist mir ein bisschen zu wenig, dann gehen wir mal... Wenn ich ihm die Ecke richtig rum, wenn ich ihn erwische ... Uuuuh Armlandgranate Overwatch Hilfsprotokoll klingt machbar bringen wir ihn zu sterben das war es dann mit dem hinterhalt wir müssen noch vor oh da hat jemand noch ein loch gelassen das ich glaube das sind die letzten zentral ich registriere keine zusätzlichen signaturen mehr verstanden schalten wir sie aus und dann suchen wir wahlen hier ist der runter gesprungen 100? ne das ist mir zu knapp da gehen wir mal vor wenn er das vermasselt dann hat er das verdient zu sterben ach man das ist ex das ist ex nachladen 90% trefferschutz nicht fangen ach man das ist echt das ist der hat den nach vorne zwei sehen ach du gehabt pistole das ist sauber ziel eliminiert und manix spielst du auch excom oder guckst du immer nur zu rein rein kein problem ja aber der schoko macht das der ist zuverlässig keine munition mehr so jetzt müssen wir aber in deckung etwas gehen natürlich gebe feuerschutz also für excom kann ich generell immer eine klare kaufempfehlung aussprechen weil das spiel ist echt gut dna aus dem innern der einrichtung möglicherweise von aber wenn du den ersten teil noch nicht gespielt hast kann ich dir den erstmal empfehlen gleich mit dem addon extra billiger zu kaufen schon und das durchzuspielen und dann mit dem zweiten teil weiter zu machen weil ich finde einfach von der story her ist schon echt genial gemacht positiv ja dann wirst du den zweiten teil auch leben also ich habe den teil jetzt hier den zweiten auch schon komplett durchgespielt jetzt habe ich mit dem dlc nochmal neu angefangen habe mir einige mods noch drauf geklatscht zusätzlich ich bin mal gespannt auf wie sich das vom spielen her dann also komplett ändert sich das spiel eigentlich schon durch die modifikation die ich da hinzu gepackt habe allein schon vom komfort ich bin mal gespannt wie die dlc waffen zum beispiel diesen bolzen ähm bolzenschussgerät nachher modifiziert aussieht wenn ja wenn man mit plasma waffen oder so haben und weiter geht's also hab extra nicht geguckt also nicht so richtig informiert darüber was alles im dlc so fanden ist wenn sie sich bewegen sind sie fällig hinter diesen augen verbirgt sich eine intelligenz die ich in dieser form noch nie bei einem anderen unveränderten exemplar dieser art beobachten konnte zum befehl dann mal los so ich versuche jetzt so ich versuche jetzt da hast recht weil wenn man schon die ganze story kennt immer so dann ist das immer ziemlich langweilig ich versuche jetzt langsam vorzugehen und meine leute wieder die munition aufzufahren aber auch nicht so langsam dass ich dabei einschlafe also sagen wir mal was haben wir jetzt noch noch laufen aber noch laufen aber der zu weit läuft und wieder leute anlockt da weit hin da kommt nach vorne also bin unterwegs klingt machbar komm und hol's dir das ausmaß mit dem die ältesten in die genetische struktur der ihnen untergebenen rassen eingreifen kennt keine grenzen mir ist aufgefallen dass dies das erste männliche exemplar dieser spezies ist das mir je untergekommen ist ist dies eine form der bevölkerungskontrolle oder gar noch mehr ist dies das schicksal meiner eigenen spezies nicht wenn wir es verhindern können kein problem von der spielautenstärke ist das so angenehm oder zu leise das kann ich machen das kann ich machen das schluss mann den habe ich dritten vergessen ich habe einen schrecklichen fehler begangen commander manchmal wünschte ich mir sie wären hier um meine ambitionen im zaum zu halten subjekt gamma ist entflohen ein erdbeben hat einen winzigen riss in der sicherheitszelle verursacht mehr hat die kreatur nicht benötigt es hat das metall zertrümmert und wie glas zerbrochen oder wie eine dünne eisschicht verdammt walen was haben sie getan bin dabei sieht doch schon interessanter da hinten aus in der hölle mhm die niedrige bitrate das macht sich halt wahrscheinlich im video qualität dann bemerkbar positiv ich glaube ich habe 2500 habe ich gerade eingestellt wenn ich da schon runter schaue nicht mehr schon unterwegs ich meine es nicht mehr noch in eine gute Position bringen folge vor schon bedient gut aber das gebiet in der auge eine gefehlung voller schutz aufgrund der sehr begrenzten mittel die mir zur verfügung stehen frage ich mich manchmal ob ich meine bemühungen lieber auf ein subjekt hätte konzentrieren sollen statt der drei die sich nun in meiner obhut befinden gehen wir mal runter nur die viele meiner angestellten fühlen sich im sicherheitstrakt wohl so dass ich selber stets wachsam sein muss dennoch überwiegen die möglichen vorteile bei weitem alle bedenken auch wenn ich zugeben muss dass das unbehagen in der gegenwart von subjekt gamma ziemlich ansteckend ist sporte los so richtig so richtig gehen wir mal lieber Nummer sicher das werde ich immer verlieren also von der Atmosphäre ist schon cool gemacht das haben sie im DLC jetzt besser gemacht finde ich als im Hauptspiel aber beim ersten durchspielen das war bei mir dann eher so ein Gehetze so schnell 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 Avatar-Projekt geht voran und alle Fischer hat sich auf den Weg gemacht um die Kreatur zu suchen ihr verdammter Hellenmut sie hat keine Spur von Subjekt Gamma gefunden dafür aber ein Gelege entdeckt ersten Untersuchungen zufolge sind die Eier reptilischer Natur wenn Gamma sich tatsächlich fortpflanzt und auf irgendeine Weise mit anderen seiner Arten kommuniziert sind wir verloren Dank auf Ihren Follow so Wir haben ja auch schon 23 Uhr wieder so da kommt ist das Wahlen das lässt sich aus der Entfernung nur schwer sagen da kommt was das das dürfte wohl Subjekt Gamma sein Wahlen hat einen König erschaffen das hat uns gerade noch gefehlt die die sind hier für die 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 Garnate! Und sauber! Das ging nicht durch! Garnate! Das müssen wir so machen. Um die Deckung wegzukriegen und die Rüstung von dem Vieh. Das ist ein Schiff. 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 Bei Minimal würde ich nichts sagen. Geht nochmal Klinksturm oben drauf. Das ist eine Art psionischer Riss. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wieso Walen der Kreatur diese Fähigkeit gelassen hat. Er will sich aus dem Staub machen. Erledigt ihn, bevor er entwischt. Okay. Schauen wir mal, ob wir ihn betäuben können. Treffen tun wir ihn auf jeden Fall. Äh. Panzerung der Traufe. Verdammt. Kommt er jetzt wieder oder? Irgendetwas sagt mir, dass wir das Ding nicht zum letzten Mal gesehen haben. Beim nächsten Mal müssen wir uns mehr anstrengen. Der Große ist uns zwar entwischt, aber zumindest haben wir das Gebiet endlich gesichert. Das ist nicht sie. Central, ich messe keine weiteren Lebenszeichen mehr. Weder menschliche noch sonstige. Die Höhle ist gesichert. Spannend. Ähm. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir mit der Truppe so gut da durchkommen. Das 4 im Schluss war schon ziemlich krass. Ich würde sagen, machen wir noch die Beförderung und dann machen wir ja Schluss für heute. Wir haben dann unsere 2 Stunden. Das ist jetzt knapp eineinhalb. Eindrucken, Commander. Die Aliens fragen sich bestimmt immer noch, was sie getroffen hat. So, dann nehmen wir die Blitzschlein Hände. Ah, dann nehmen wir den Sanitäter. Da Ralf unser Sanitäter ist. Guck, guck. So. Grundschuss war... ... 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 Ich freue mich an dieser Stelle jetzt feiern und wenn es euch gefallen hat, lasst zu follow oder votet im YouTube das Video hoch oder mir helfen am Anfang und dann sehen wir uns nächste Woche, am Donnerstag wieder ab 21 Uhr.